Viele glauben, dass Menschen hungern, weil es nicht genug Nahrung für alle gibt. Das ist falsch. Weltweit werden genug Lebensmittel produziert, um die ganze Menschheit ernähren zu können. Hunger ist vielmehr die Folge von Armut, schlechter Regierungsführung, Krieg, Vertreibung, Unterdrückung und von Naturkatastrophen. Diesen Problemen widmet sich die Welthungerhilfe, gemeinsam mit ihren lokalen Partnern. In Notsituationen liefert sie Trinkwasser und Nahrungsmittel, aber weit wichtiger sind die langfristigen Investitionen in Ernährungssicherung. Denn jeder Mensch hat ein Recht auf Nahrung, überall auf der Welt. Und deshalb bitte ich Sie, unterstützen Sie die Welthungerhilfe in Ihrem Kampf gegen den Hunger. Untertitelung des ZDF für funk, 2017